Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Seven Days to Diem mit der Hirn-Schutz-Groove. Wir sind alle wieder da und wir haben mit Spaß. Komm, komm, Spaß. Ja, Spaß, jetzt mach an jetzt hier, Spaß. Spaß ist gut. Also, ich mach jetzt hier, ich hab jetzt auch ein bisschen das Mining geskillt, wie Minas da. Das ist echt gut. Also, die Pickaxe aus dem Hause Fleischhauer, die ziehen ordentlich was weg. Wodan? Ja? Und eine kurze Frage, du hast jetzt so einen Übergang gemacht zu deiner Hütte darüber. Genau. Warum befinden sich in diesem Übergang drei Lücken? Das ging nicht anders, du hast einmal eingestürzt, da hab ich es nicht gemerkt, Gott sei Dank. Vor allem ist es einmal eingestürzt und dann musste ich einen Übergang, Übergang machen. Aber dann können wir die Ocone doch verminden. Das war am Anfang so. Äh, ja. Ja, okay, kannst du so, ja. Irgendjemand reicht mir das Krankenhaus an. Siehst du, das können wir eigentlich abreißen, tatsächlich. Da brauchen wir die ganzen, äh, die ganzen Eisen. Frames, verworfene Frames nicht. Warum wüsst du denn das Krankenhaus abreißen? Ich glaub ja, wo du schwimmst. Ich müsste mal wieder in der Stadt. Dir in der Bock, um die Stadt zu looten? Wir können uns einfach mal in den Berg hier reinbuddeln, ist zwar nicht so. Oder hier? In den Berg hab ich mich schon reingebuddelt. Müsst du mal eine Tür bauen, irgendwie. Fällt mir gerade ein. Bin ja auch geil. Ich kann dir eine Tür geben. Oder ich mache keine Tür. Ich hab ne Eisentür, ich hab ne Eisentür übrig, wenn deine haben. Echt, ja? Ja. Ich hab nur den Übergang und komm eigentlich nur rein durch. Durch Übergang? Durch den Übergang, Übergang. Nein, dann könnte man ja eine Vault Door machen und dann. Äh, ich hab ihn getroffen. Ähm. Wie komm ich jetzt hier rein, um dir die Tür zu geben? Guck mal hier. Hintenrum, ja. Äh, ich höre auch Hunde. Im Krankenhaus. Ist das normal, oder? Ja, da ist leider normal, tatsächlich. Spawn in Krankenhaus. Krass. Im Krankenhaus? Nee. Ja, da ist anscheinend ein Zombies spawnen. Doch, jedes Mal, wenn ich hier lang laufe, ist da übelste Action. Echt? Mhm. Krass. Man meint jetzt, ihn nehmen wir wieder weg. Wie ist das noch nicht? Aber wahrscheinlich meint ich jetzt. Hinsetzen. Amoi. Ah, geht's. Ja. Vermeitet. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Bin ich kurz im Müllen. Ja, ja, genau. Deine Stadt? Ja. Ja. Vielleicht sollten wir ein paar Fackeln machen und an jedem Haus, wo wir waren, machen wir eine Fackel rein. Das wäre eine Maßnahme. Wow. Da wird schon eine Couch-Teile in die Tür, das hat man auch noch nie. Nee, das, nee, 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 das, das, nein. Das nicht? Wow. 500 Zementmix, Michaels. Das ist doch mal, das ist doch mal eine Zahl. Äh, was denn? Hm? Ich hab hier noch ein paar Knochen und 29. Ähm, ja. Wie ihr sagt, ich hab Federn. Noch, wie viele Fehler haben die? Nee, ich hab keine Federn. Ich hab noch Iron Iron Hits. Hat jemand von euch noch Federn? Fragen wir mal so. 39. Aber ich hätt gern welche. 23 hätt ich. Federn. Ja, ich hab 39, aber ich brauch selber. Ich hab nur 31 Feile. Nee, eine kriegst du von mir über 70. Jetzt schon. Okay, dann schmeiß ich dir welche hin. Aha. Du bist wie so ein Verkäufer. Ja, ja, du kennst mich ja. Kennst mich ja. Verkaufe Federn. Kauft an den Maisbietenden mit Federn. Hier, wo noch ein Knochen hinter dir? Ja. Erst die Federn, schmeiß hin. Erst die Ware, dann lass mal lügen. Ich hab ja gesagt, über 70, ne? Darf ich gar nicht lügen, mal kurz. Juhu, komm. Über 70, hab ich gesagt, ne? Sie gesagt, ja. 71. War ja so klar. Nee, mach dir gleich mehr. Ich hab nicht spezifiziert, wie viel und wann du sie kriegst. Nee, mach dir gleich noch mehr. Bin am Craften. Reicht doch, 71. So viel habe ich noch nie hier in denen. Ja, aber das geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Da muss doch was passieren. Das ist ja gut in der Zeit. Siehst du, Mais war noch nicht fertig, ne? Das dauert ewig. Mais dauert am längsten, glaube ich. Okay. Oh, fuck. Langsam wird's auch wieder was mit der Wellness. Wisst ihr noch damals, dass Maisbrot so das ultimative Lebensmittel war? Und die Zauberkartoffel. Genau, Kartoffeln vorbei. Die halt Beinbrüche und alles. Das ist echt ganz fantastisch. Zauberkartoffel, ja. Mining Tools, meiner in 49er. Toolsmithing. Vielleicht ist Toolsmithing, aber der Toolsmithing bin ich auch nur Level 13. Von was rätelst du denn gerade? Ja, was, äh, ein Dippities Problem. Sein Dippities Problem. Ja. Was ist mein Problem? Ja, dass du das schlechte PX rausholst. Ja, genau. Ja, cool, oder nicht? Ja, eben nicht. Da hat man ein Scrap Island rausgeholt. Scrap Island, da braucht keins. Was hier, du mal. Gut, dann muss ich jetzt Scrap Island besorgen. So, hier ist jemand töten. Braucht jemand noch so einen... Reinforce Club? Nee, der ist richtig. Der ist nicht so meins. Bisschen wir da jetzt, na gut. Nicht so meins, du. Dude. Nimm mal einen Schluck. Ah, ja. Hab mich kurz gemütet. Mhm. Gedanken. Genau. Ach so, das ist hier die Müllkiste. Ich hab schon wieder Hunger, verdammt. Verdammt. Ich hab da, äh, Bacon and Eggs ist an, ne? Ja, ich esse jetzt erstmal dieses Wollmeat. Also Bacon and Eggs würde ich jetzt ungern. Das kann man so als Proviant. Gute Schrapen, Alter. Das ist doch gute Shit. Gut. Ein bisschen Angst in die Wart. Gut. Start. Start. Hundeplatz. Ist am Start. Hundeplatz. Ja, hinter die... Also da zieht einige Zombies grad in die Stadt. Krass. Hm. Von außen, aber... Nee, die war ne Graistussi. Ja. Graistussi. Hm. So ein bisschen zu spät weggemacht. Na gut. Kommst du nochmal zurück, äh, Jack? Ja. Nein. Wird bestimmt nicht. Uns abzuholen. Ich treff die doch nicht mehr. Ich bin aber jetzt nicht der Schnellste aktuell. Was hab ich mit dem Crossbow? Können wir noch nicht, oder? Da muss noch ein Hund sein. Minas, bitte. Kann das jeder? Crossbow? Hm, hm. Ich glaube, bei mir war was mal. Mach's wie Deadpool, ja. Durch drei Typen gleichzeitig geschossen. Aua, der schießt durch mich. Ach, nur noch eine Kugel. Drei Typen. Hm. Hallo, Minas? Oh, ich hab ihn abgehalten. Ja, wo er in deinem Auto... Achso. Ja, ja. Spoiler ich eventuell. Ja, genau. Nicht spoilern, sonst gibt's wieder böse Kommentare. Zu spät. Nee, nee, nicht zu spät. Der ist doch... Der Kommentar ist doch aber... Oder muss kurz den Ton ausschreiten. Wie war unspoilerbarer. Ja, genau. Also bei Deadpool jetzt das Ende mit dem Endboss dort, mit diesen Flammenwerfern und den Nation am Fluch haben wir den Koks. Wird man nicht verraten. Den Koks. Koks. Mit Johnny Depp. Johnny Depp, genau. Der Ben Affleck spielt. Der den neuen Batman spielt. Nee, der von Dead 4 cool. Ich fand Dead 4 cool. Ich fand Dead 4 cool. Absolut. Ich fand mich auf den zweiten Teil. Supergeiler Film. Hat jemand von euch... Das ist für mich der Superhelden-Film des Jahres. Also des letzten Jahres. Hat jemand von euch Dings hier bei, zufällig? Was denn? Dings? Nein, ja. Antibiotika oder vielleicht... Nein. In der Kiste drin. In der Kiste, das sind 16 Antibiotika. Das hat sich aktuell als schwierige Stahl, weil es einfach langer dauert. Oh, Baumfeld. Ui. Brainfeld auch? Okay. Alles gut. Brainfeld. Warum ist eigentlich das Krankenhaus-Symbol blau? Ist das bei den Amis so? Ist das blau? Ja, ich glaube, die haben doch auf diesen... Auf den Wagen haben die doch ein blaues Abzeichen. Nein. Hunde. Hunde. Im Krankenhaus? Nein, das... Das andere... Das Kreuzsymbol ist blau. Blau-Kreuzsymbol. Ja, und die Hunde sind die im Krankenhaus. Das war meine Frage. Nicht, ob das Kreuz blau ist. Nee, vor mir war der... Die Hunde... Die Hunde des Krankenhausen. Meine Frage ist aber noch nicht beantwortet, ne? Das würde ich denn nicht. Die Hunde sind blau. Ich würde gerne mal die Frauen beantwortet haben. Okay. Alter, die zappelt hier ein. Oh! Wenn der dritte Pfeil daneben geht, dann glaubst du... Dann sollte man... Oh, ich bin nervig. Ist sie tot? Ich glaub nicht, jetzt. Okay. Ganz... Ganz plump, plump. Von wegen untouched. Und jetzt? Weiß ich nicht. Irgendwo ist meine... Wo ist meine Iron Kick-Ex überhaupt? Du brauchst Crab-Iron von daher, ne? Ich würde einfach mit der... Den? Guck mal, was so ein Stopp-Schild gibt. Guck mal, was so ein Stopp-Schild gibt. Zwei Scrap-Iron von Stopp-Schild. Oh. Die Stadt ist voll. Stopp-Schild an. Oh, der war untouched. Nein. Scheiße. Ist der Loot schon wieder? Die hab ich doch... Ah, warte mal. Soll ich respawn? Nee. Halt immer drauf rein. Ich guck mal in diesen Scheiß-Briefkasten. Warte mal, ich guck mal kurz. Nee. Nee, nee. Da warte ich nur den Briefkasten wahrscheinlich vergessen. Oh, ich freu mich. Ich bin schon wieder bei... Wellness 91. Ich auch. Ich freu mich auch. 187. Ich freu mich sehr. 187? Nee. 187 wäre der Hammer. So, wo seid ihr? Das ist mega-Slow. Ich will mal kurz gucken, wer es wäre. Who is who in this world? Bring mir mal Scrap-Dingsbums mit da. Die Stadt ist gar nicht mehr so klein, ne? Iron Pickaxe. Nee, ist gar nicht so schlecht, nee. Iron Pickaxe, ja, kann ich dir... Wir können jetzt die machen. Das ist ein Sprint-Pickaxe. Das ist ein Sprint-Pickaxe. Das ist ein Sprint-Pickaxe. Das ist auch gut. Oh, so ein Zaun gibt vier Scrap-Iron. Die Höhe-Zaun. Ach so, ein Zaun. Hier, so ein Zaun kommt vier... Also nicht die Holz- und diese bunten Platten. Das ist ja Stahl. Jeweils vier Scrap-Iron. Hier eins raus. Ach nee, eins, vier, vier. Eins, komm mal hier. Vor allem mit dem Schlag weg, ne? Vor allem, es geht von einem Schlag weg, ne? Wusstest du nicht gerade das an? Ich glaube, hey, es war eigentlich so schlecht, es ist gerade so laut. Ach so. Habe ich jetzt auch gesagt. Stimmt, ja. Schubt die Oponent für jetzt den Scrap-Iron. Machen wir doch gerade mal weiter. Liebe Zuschauer, Headset, süßer, RIP. Gehen sie bitte jetzt leiser. Gehen sie nicht wieder los. Den Scrap-Iron. Du schank hier. Da drin, ja. Du kannst hier auch die Dienste abbauen. Weil bringen die auch nur zwei dieser Regale in den... Stimmt. Ja, ja. Die Krummarktregale. Die bringen nur zwei, aber wo gehen die auch mit einem Schlag weg? Mülltonen bringen ein. Die wollen sie durch die Stadt nagen. Das ist nur auf unsere Stadt stehen. Genau. Sammeln wir alles weg. Alles an Eisen ist unser. Und da steht dann, ihr solltet eine Aufbau nicht zu abreißen. Ach so, haben wir falsch verstanden. Verdammt. Recipe. So, Wodan, ich mach dir mal hier 50 Sekunden, wenn du mal fragen, kriegst du eine Spielpick... Äh, viel Iron Eggs, so. Viel Iron Eggs, wahrscheinlich. Ganz was Feines. Quasi eine... Ja. Oh, ein Hund. Oh, ein Hund. Äh, warte mal, ich bin bei dir. Du läufst in die falsche Richtung. Oh, fuck, das war ein Leck. Leck. Ach, shit. Oh, der ist dich. Ist ja süß. Daran kann es nicht zu schmecken. Oh, fein ist er. Fein ist er. Fein. Das hast du toll gemacht. Nicht auf mich. Ich bin nur so langsam. Brauch ich dir Hilfe, Mann. Wo bist du denn? Nee, nee, äh, Wohne. Gut. Ja? Kann ich jetzt. Das will ich nicht machen. Dreimal. Jetzt muss er aber sterben. Er ist immer noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Meine Frau, fertig. Gerade hatte ich gute Wellness. Wellness. Nee. Was nochmal mit, beim Bogen muss ich nochmal nachlegen. Gut, ich hab mir, ich mein, bei einer Wellness über 100 fühlt man sich auch unwohl. Ähm, da will eine Horde ins Krankenhaus. Ach, die wollen rein? Mhm. Was ist das Ding da drin? Von der anderen Seite. Gut. Ich glaub, das Krankenhaus steht nur im Weg. Was bestimmt jemand da angelockt hat, war bestimmt meinen Zaun einkloppen. Ähm, das war bestimmt sein irgendwas Herrchen, die Hütte und da hat er sich gedacht. Sicherheit. Mit Sicherheit. Was? Äh, der will hier rein? Schlägest du den Zaun ein? Ja, der hat mich schon wieder getroffen, gell? Das ist... Pits vom Glauben. Äh, wie viele Feine hast du jetzt noch? Äh. Das ist echt geil, damit krieg ich meine Hütte fertig. Ach, nicht mal am Boden hab ich ihn getroffen. Aber die... Ja, genau. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Hatte die, die, äh, das Versprochene. Hast du es dabei? Ja, hast du es dabei? Oh, die sind... Oh, guck mal. Warte, nimm mal. Oh, nimm. Hier. Ist echt super, wenn du Scrubber ein. Ich hab schon 317 Scrub Iron durch die Methode. Du hast mir ne... Hä? Wieso hast du mir ne Steel Fire Axe gemacht? Du solltest mir ne Iron Pickaxe machen, ne normalen. Ach, ne Pickaxe. Ah, dann mag ich dir ne Steel Pickaxe. Oh, Digge. Ja, ich kann... Ich hab jetzt gerade kein Iron Bar. Ich mach ja nur noch Steel. Was soll denn? Was soll denn jetzt? Ich bin ne Steel Man. Wissen? Bei dir. Das sieht gleich mal aus hier. Alle Dinger. Da kann man halt immer die Wurme. Ohja. Da reicht doch schon. Einfach mal weiter hin. Die ganze... Da, 3, 4. Bpsch. Das ist doch ein Witz, oder? Dass man... Also wenn ich so ein Auto auseinandernehme, krieg ich doch wesentlich weniger Scrub Iron, als wenn ich hier so einen Zaun demontiere. Da ist irgendwas schief, glaube ich. Also 4... Teilweise 8 Scrub Iron für eine eine Stahlplatte. Ja, vielleicht. Das hat wahrscheinlich aber auch mit deinem Scale zu tun. Ich weiß. Also ich bekomme... Also ich bekomme schon wieder... Oh nein. Ich bekomme manchmal 3. Dann gibt's 4. Oder nur eine. Gut. Lias? Ein Zombie hat mich überrascht. Ah, ein Zombie. Joe Cocker Zombie. Geh weg. Geh weg. Geh will ich hier in dieser Zeit. Sind ja Zombies? Das hat mir keiner gesagt beim Spiel. Doch irgendwie überraschend. Jedes Mal. Darf mir im Mund so anfangen. Joe Cocker ist da. Der lebt ja immer noch. Ja, ich treffe ihn. Oh, noch ein Airdraft. War's schon wieder? Oh, cool. Alle 3 Tage eingestellt. Oh, das ist aber zu weit. Oh, mach ich Kaffee? Hab ich Kaffee? Ich hab Kaffee. Willst du ihn holen? Juhu, ich probier's. Juhu. Ich hab schon wieder die Sledgehammer schon mal den gefunden. Aber ich glaub nicht, dass ich's schaffe, in der Zeit davor zu kommen. Du musst ja nur schnurstracks, ne? Schnurstracks. Naja, ich muss nur erstmal eine Linie finden, ohne zwischen den Häusern lang zu laufen. Schnurstracks. Schnurstracks. Oh, da ist ein Hund. Da ist ein Hund. Da sind wir die Hunde. Jackie, nimm mal den Hund ab. Schnurstracks. Bitte. Bitte. Wo ist er noch einfach mal? Wo ist mir jetzt? Hier ist es da. Wie sagt ihr denn? Du bist grün. Dude. Ja, grün. Okay. Mittlerweile haben wir die Stadt fast weggelootet hier. Ja, der Held ist da das Maisfeld. Ja, siehst du, wenn du mal vorbeikommst, kannst du auf dem Rückweg einfach mal so ein Stack Mais mitbringen. Manchmal. Auch den Bauernhof, wisst ihr noch? Den war ja ganz früher Neviskin. Ist das diese Stelle Neviskin? Ja, ja, klar. Ist das die? Ich seh den Erdruck nicht mehr. Hunde! Oh mein Gott, ist die Hütte auf? Nein, ist sie nicht. Nein, hau ab hier. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Meine Fresse. Willst du nicht verarschen, jetzt hat er mich? Nein, hohendick. Ich bin... Ich bin... Und jetzt... Was denn? Komm, jetzt schießt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin... Was ist denn mit Pick-Extra? Komm jetzt. Stirb, du. Dieses... Drecksding, du. Meine Fresse. Bist du gemeint, Serentity? Ich humpel, Mann. Kannst doch nicht ein Humpel, denn ein Humpel? Das wusste ich doch nicht, dass du humpelst. Entschuldigung, steht dir. Ich humpel nicht auf der Stange. Da hat er sich voll tot, gell? Ja, echt, Alter. Ich bin gestorben, ey, da. Ist die Hütte offen? Nee, putz die Leute drauf. Die Hütte ist bloß. Ich hab geblutet. Ich hab geblutet anscheinend. Ich wollte auch nicht sterben. Ich glaub, ich finde den Airdrop nicht. Ich weiß nicht, 20 Sekunden lang glüht er nach, ne? Ja. Ich krieg die Tür nicht zu, ey. Jetzt sind wir alle wach. Noch eine Folge. Ja, ihr Lieben. Mit den Todes. Da liegt er. Ich hab mal einen Airdrop gefunden, obwohl ich ja nicht mehr glüht hab. Ich bin so super, danke. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Bis dann. Ich muss wissen, was es ist. Wir dürfen nicht aufhören. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.